Hallo! Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ohne Jihan, der ist nämlich bei seinem Kumpel. Und wir müssen jetzt ein Video machen, weil wir nicht so viel Zeit mehr haben. Genau. Darum ist er jetzt nicht dabei einfach. Das ist der einzige Grund. Heute machen wir Babyfoods Moussi Challenge. Genau. Wir haben sechs verschiedene Babyfoods hier. Drei sind ja ganz okay, so Früchte-Dinger. Und zwei sind eher so Bio. Eklige. Pasta mit Gemüse und Lachs. Und das zweite ist Mais mit Kartoffeln und Bio-Pute. Genau. Und dann ziehen wir hier Zettel. Drei Stück immer und die muss man dann mischen und dann muss man drei Löffel davon essen. Drei Löffel muss man davon essen. Auf jeden Fall. Das ist mir wurscht. Ich hoffe nur, dass ich auch das Lachs nicht bekommen ist. Da bin ich jetzt echt gespannt. Stell dir vor, das ganze Kirsche-Banane-Joghurt mit Lachs-Gemüse-Pasta. Genau. So wird das Ganze dann ablaufen. Ich beginne. Also, wir fangen gleich an. Milet? Nein. Du bist als Erster. Ja. Ja. Wie ist es, haben wir hier alles stehen? Pflaume in Birne. Oh, das hat sie ja gut. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich suche es dir raus. Du tust die Zutaten. Nein. Zwei Löffel rechter. Eins. Zwei. Zwei. Okay. Ob das nicht irgendwas Ekliges ist. Oh Gott, jetzt bin ich aber echt gespannt, was sie noch bekommt. Glück kann sie haben, ja? Kirsche und Joghurt. Schütt Banane-Joghurt. Oh, das ist aber jetzt echt Glück. Nein. Das da. Letzter Glück. Eins. Ich kriege bestimmt das Lachs und das andere. Jetzt kommt Lachs noch dazu. Du musst eine Zutat noch ziehen. Jede drei. Komm, Lachs. Lachs, Lachs. Abendbrei, Grieß, Banane, Apfel. Hat das Mädchen Glück. Hat das Mädchen Glück. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall schmeckt. Also ich rüsse die mal um. Wurz die Wurst ja. Gut ausschaut, ist es wahr nicht? Ja, die schauen im Glas auch nicht gut aus. So, da, la. Also, drei Löffel musst du auf jeden Fall essen. Und? Lecker. Ja, das glaube ich, dass du... Ach, das ist jetzt aber nicht gut gewesen. Nein. Ergla. Schmeckt es echt gut? Ich probiere mein Glück jetzt. Ja, mach mal. So, die tun wir nochmal wieder rein. Michelle. Und jetzt. Er ist in der Zeit. Eins. Zwei. Viel Spaß. Drei. Ich lese es dir vor und zu es raus. Nein. Okay. Ich lese es selber. Ich lese es selber und... Meine Frau lässt sich da irgendwas einfallen. Nein. Was ist jetzt drin? Lachs. Bitte Lachs. Wo jetzt? Pasta mit Gemüse und Lachs. Ich hab's mir vor. Na, komm. Scharf stellen. Scharf. Okay, daneben nicht. Der will nicht. Der will nicht. Also, mach mal. Zwei Löffel, gell? Hm. Und das hat auch so... Äh, die Farbe müsst ihr mal anschauen. So wie Babyart. Ja, normalerweise ist es ja normales Essen, aber das pürierte Zeug ohne Gewürze und Salz. Warte, ich lese es vor. Pflaume in Birne. Pflaume in Birne? Pflaume auch noch. Ich kann so ein Pflaume fangen. Nein, die deutschen Pflaume schmecken gut. Mhm. Echt jetzt, glaubst du mir. Bär. Und? Und was noch? Hä? Sonst sitzen die alle in meinen Zütteln an mir. Pflaume. Was kommt jetzt? Abendbrei. Abendbrei, Grießbanane. Das geht ja noch. Also. Misch mal. Ich will. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Warte mal, ich wollte es jetzt zeigen. Zeig, dann mische ich. So. So schaut es aus, ne? Ja, jetzt schaut es aber wenigstens gut aus. Hoffentlich schmecken jetzt den Nacksten mal raus. Den schmeckst du 100 pro raus. Mach es mal. Ihhh. Ihhh. Das ist bei uns unser Mittagessen heute. Nein, ich will aufs, welche Sachen zu erzählen. Immer vor der Kamera. Und ihr nehmt seine gleiche, ne? Also gut. Also eins. Hm? Hm. Tut mir ein bisschen schwer. Echt? Oh. Hm. Der wird schon rot, oder? Wirst du schon rot? Ja, du hast Käppi auf. Man sieht den Gesichtsausdruck nicht. Das ist mir echt ein bisschen... Hm? Echt? Also wenn es ein Robot schüttelt, dann muss was dran sein. Fertig? Oh, der hat es gut gemeistert. Jetzt bin ich dran. Wunder geschluckt. Also. Oh Gott, ich habe solche Schiss. Wisst ihr das? Oh. So. Oh, mich schüttelt es wirklich. Darfst du mich für mich mischen? Ich will. Papa soll reinfühlen. Abendbrei, Grieß, Banane, Apfel. Oh, Mann. Oh Gott, ich habe solche Angst. Oh Gott, da kommt jetzt was Schlechtes raus. Nein, Mais mit Kartoffeln und Bio-Pute. Und dazu noch Pasta mit Gemüse und Lachs, hätte ich gesagt. Aber bestimmt nicht. Das ist schon... Nein, das ist schon Lachs, Pasta mit Gemüse und Lachs. Ja, das ist ja was. Das lohnt sich dann. Warum immer ich? Weil es deine Idee war, die Challenge. Das war nicht meine Idee. Ich wollte sie testen. Und du hast gesagt, wir müssen jetzt was anderes draus machen. Ja, weh. Papa, du hast eine gute Idee. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ich will rühren. Du darfst nicht alleine rühren. Okay, rühr einfach mal. Oh, der stinkt schon ekelhaft. Das benäubt ich nicht, aber nicht. Muss ich das jetzt echt essen? Ich habe leider alles aufgegessen. Du hast schon Glück gehabt. Du kannst gar nicht reden hier. Also, ich kriege es nicht runter. Ich weiß jetzt schon. Ich kann das nicht. Ich schluck einfach nur auf den Mund. Schluck einfach. Also, das ist Babynahrung. Die Babys müssen sie auch essen. Schluck einfach. Was halt wir unseren Babys antun. Brauchen wir nicht wundern, wenn Babys da alles unterhalten. Was? Das ist ein Baby. Das schmeckt doch fein. Komm, komm, feine Lämmer. Mach es schon ein bisschen. Komm, wie macht man bei den Babys so? Ich weiß schon nicht. Ich will... Warte, lass mich mal ganz kurz. Komm. Ich glaube, mit den drei Löffeln wird es nix. Oder, Frau? Wir lassen es heute ungeschnitten. Alles ungeschnitten. Oh, Gott. Oh, Gott, das ganze Zeug. Das hiech mal. Aber so was Babys kaufen. Stimmt gar nicht. Ich misch das doch den Babys nicht. Oh, mein Magen kommt immer noch. Oh, die Smoothies, was wir gemischt haben, selber waren noch besser als die hier. Oh mein Gott. Nein. Aber das ist aber lecker. Oh, das schmecke ich immer noch. Wir haben wieder Glück gehabt, jetzt mal einigermaßen. Oh, mir ist schlecht. Kann man jetzt zum Ende kommen? Mir ist schlecht nämlich. Na gut, also dann sag mir mal Tschüss. So, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bitte Daumen nach oben für das, dass ich wieder leiden müsste hier. Ja. Gib mir viele Daumen. Ja. Und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meinst du gleich? Ja. Ich will das wieder mischen. Komm, iss mal. Möden. Iss.